Ein Elektroauto in SUV-Bauweise mit einem 63 Kilowattstunden Akku inklusive Thermalmanagement und einer Reichweite um die 400 Kilometern, einer ausreichenden Ladegeschwindigkeit, einer Motorleistung von 204 PS und einem Drehmoment von 319 Newtonmetern, einem überragenden Platzangebot, welches bisher kaum angeboten wird, eine Dachreling für Dachträger, eine Anhängelast von mindestens 750 Kilogramm schweren Anhängern bei einer erstklassigen Verarbeitung, ab sofort bestellbar und das alles zu einem Preis ab 27.500 Euro abzüglich der aktuellen Prämien. Ja, ich habe mir das Vorserienmodell des Eyeways U5 im Euronics Markt in Lauterbach angeschaut, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Natürlich hatte ich die Kamera dabei, also bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Electric Dave. Heute befinde ich mich hier in Lauterbach in Hessen bei der Firma Euronics und wir werden uns heute den Eyeways U5 anschauen und auch Probe fahren, denn heute sind hier drei Fahrzeuge vorhanden, die wir uns hier anschauen können. Ich habe auch einen Termin gemacht für 16 Uhr, müsste auch gleich soweit sein, dann müsste gleich ein Mitarbeiter kommen vor den Eyeways und ich habe schon die ganzen Formalitäten geklärt. Wir schauen uns dieses Fahrzeug an. Viele von euch haben vielleicht schon davon gehört, es ist ein asiatisches Fahrzeug, das heißt, es kommt aus China in dem Falle und hat kein eigenes Händlernetzwerk hier in Deutschland, sondern das soll über die Firma Euronics vertreten und verkauft werden. Und inspektionstechnisch, das soll alles dann über ATU laufen, aber wie gesagt, wir kommen da später nochmal zu den näheren Details. Erstmal schauen wir uns jetzt das Fahrzeug an und dazu warte ich jetzt einfach mal auf den Mitarbeiter und so lange sitzen wir hier mit Maske, weil es der Zeit so geschuldet ist und warten. Ja, wir befinden uns jetzt hier draußen beim Eyeways U5. Das ist das Fahrzeug, ich habe gerade mich erkundigt, also es handelt sich hierbei um das Premium-Modell. Das Premium-Modell erkennt man natürlich auch sofort am Glasdach. Das Panoramadach hat nämlich nur das Premium-Modell. Das Fahrzeug, wenn ich es jetzt auf den ersten Blick sehen muss, es ist deutlich größer als der E-Niro und als der Kona. Wirkt von der Seite schon so ein bisschen eher wie der Audi e-tron, allerdings insgesamt nicht so bullig, also auch gerade was die Fahrzeugbreite betrifft, sind wir hier deutlich kompakter, würde ich sagen. Deswegen, wir schauen uns jetzt einfach mal das Fahrzeug von hinten nach vorne an und fangen mit dem Kofferraum an. Hier hinten tastet man unten drauf und dann geht der Elektros auf. Auch eine ganze Ecke leiser als bei meinem Tesla, aber da ist es ja auch nachgerüstet, na, na, bisschen höher noch. Okay, das ist jetzt... Okay, also von der Höhe her ist für mich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf hier anrenne, aber man sieht schon sofort, der Kofferraum ist groß. Er hat so ein bisschen die Grundfläche vom Ioniq, würde ich sagen, nur dass er halt nochmal mehr Höhe bietet. Seitlich haben wir Fächer, also wir haben hier ein Volumen von 450 Litern. Wenn man seitlich die Fächer noch dazu rechnet hier, was jetzt nicht dazu gerechnet wurde, dann wären wir bei 460 Litern. Das ist schon ordentlich. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Rollo einzuziehen. Und wenn wir die Sitzbank umlegen, dann kommen wir sogar auf ein Volumen von 1500 Litern. Und wir haben eine ebene Fläche, das testen wir auch gleich nochmal. So, wir schauen gerade mal, was hier drunter, wie es da aussieht. Da haben wir auch nochmal Fächer zum Verstauen von Ladekabeln, Equipment, etc. Also es ist schon mal ordentlich. Und da drunter ist auch nochmal ein tiefes Loch. Das muss ich jetzt aber auch nochmal gucken hier. Das muss jetzt auch geguckt werden. Schaut mal hier, da ist ja nochmal ein riesengroßes, tiefes Loch drin, wo man auch nochmal Sachen verstauen kann. Also zum Campen oder zum Urlaub fahren geht da noch einiges. So, hinten die Styroporbox, die wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwie unten drunter was haben. Aber das wissen wir nicht. So, ich lege jetzt gerade mal die Rückbank um. Ihr könnt ja von hinten mal schauen, wie das dann aussieht. So, hierzu müssen wir natürlich zuallererst den Sitz hochklappen und hier nach vorne setzen. Dann können wir, wenn die Kopfstücke ganz unten ist, die Rückenlehne umklappen. Und dann sehen wir hier eine komplette Ebene. Dann machen wir das hier in der Mitte auch gerade mal. Klappen das hier um. Und das ist natürlich geil. Also hier haben wir eine komplette Ebene. Dann würde ich sagen, lasse ich mich gar nicht lumpen und hüpfe gleich mal rein. Und teste mal, wie die Liegefläche so ist. Und mit dem Panoramadach hier oben ist das natürlich noch schon mal eine ganz coole Sache. Und ich passe tatsächlich rein. Habe sogar mein Kissen direkt parat. Und habe mega viel Platz oben. Im Gegensatz zum Tesla schon mal deutlich komfortabler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Türgriffe sind auch sehr interessant. Aber zuschließend fahren sie natürlich zu. Ansonsten haben wir hier einfach so zum Greifen. Also noch einfacher als beim Model 3. Gut, dann gehen wir mal gerade vorne rein. Und stellen uns den Sitz so ein, wie ich ihn haben würde, wenn ich fahre. Und das würde mir schon reichen eigentlich. Das passt schon. Und jetzt gucken wir mal, wie ich hinten sitze. Also hinter mir selbst. Okay, das ist verrückt. Also das ist schon echt krass. Ich sitze hier hinter mir quasi genauso wie vorne eigentlich. Ich kann vor allem die Füße unter den Sitz packen. Und habe richtig komfortabel. Man hat hier keinen Kadern-Tunnel. Das heißt, wir haben in der Mitte auch wirklich sehr viel Platz. Haben in der Mitte sogar USB-Anschluss und nochmal so ein Fach. Die Lüftung in der Mitte. Zwar nicht einstellbar, aber sehr schön designt. Was haben wir hier noch? Ach, können wir es auch ausschalten. Schick gemacht. Es ist jetzt in sehr bequemem Top-Freiheit. Bei mir mit 1,92 ist völlig ausreichend. Passt locker noch eine Faust-Hochkant durch. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns das Fahrzeug mal vorne direkt an. Da saß ich ja nur ganz kurz jetzt drin. So. Hier kann ich mir den Sitz... Ja, ich könnte noch ein bisschen runter machen, aber mir reicht es eigentlich schon so. Man merkt schon, man sitzt sehr hoch. Übersichtlich. Und ja. Wie mutt sich das Fahrzeug jetzt hier an? Es ist sehr einladend. Vor allem ist es auch sehr schlicht gehalten. Nicht wie beim Kona jetzt, dass man hier 1000 Knöpfe hat, sondern es ist sehr übersichtlich. Eher wie beim Ioniq, dass man hier seine Fahrmodis hat. Und alles schön verarbeitet. Es fühlt sich auch gut an. So auf den ersten Blick. Gibt es gar nichts zu meckern. Richtig schön verarbeitet. Also man hat hier so Lederimitate. Man hat ein schönes Hartkunststoff. Oben haben wir sogar geschäumtes, wenn man den Ellenbogen ablegt. Unten ist es auch weicher. Und eine sehr schön designte Griffmulde hier mit einem schönen Streifen drauf. Der ist auch beleuchtet übrigens, habe ich gerade gesehen. So im Mittelalmlehner haben wir hier nochmal ein Fach. Nicht besonders groß, aber ist okay. Dafür haben wir vorne noch ein Ablagefach und hier unten das große Fach. So hier vorne haben wir nochmal den Frunk zu sehen. Nicht riesig, aber für das Nötigste bietet ja genug Platz. Großes Manko für mich jetzt und vielleicht für viele andere auch. Er ist zwar ein Nasenlader, aber wir haben unser CCS hier vorne. Diese Gummikappen sind auch ein bisschen grob. Und wir müssen den Stecker halt so seitlich setzen. Das ist bei Ionity-Ladesäulen nicht so einfach wahrscheinlich. Da muss man schon ordentlich Kraft aufbringen. Das wird es ja in der Praxis zeigen, wie die Leute da laden. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ansonsten cool, dass das vorne ist. Schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, den Rest schauen wir uns jetzt mal während der Fahrt an, denn wir wollen das Ding auch mal fahren. Okay, es geht los. Das hier ist der Schlüssel. Wir haben natürlich ein Keyless-Drive-System. Das heißt, wir müssen den lediglich hier im Fahrzeug bei uns tragen. Und wenn wir auf die Bremse drücken, dann wie beim Tesla geht das Fahrzeug an. Das fährt es hoch. Display war jetzt eben an, weil wir schon mal geguckt haben. Und jetzt sehen wir hier vorne haben wir ein 12-Zoll-Display für die Entertainment-Funktionen und die Einstellungen. Und für die ganze Fahranimation haben wir jetzt hier vorne das große Display. Kann ich aber in der Fahrt einmal durchschalten. Wir wechseln jetzt mal hier die Fahrmodi. Ich sehe schon, das ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Hier dreht man an diesem Rädchen vom Parkmodus in den Neutral, in vorwärts und auch in rückwärts. Fühlt sich sehr schön an, dieser Drehgriff, muss ich ehrlich sagen. Also es ist echt sehr angenehm. Und ja, jetzt können wir auch hier schon sehen, wir haben hier die 360-Grad-Kamera und das bei dem Preis, Leute. Wir haben noch nicht über den Preis gesprochen, das machen wir jetzt aber gleich. Ich fahre jetzt einfach mal zurück. Es sind ganz viele Leute. Ich fahre jetzt auch nichts großartiges, ich höre jetzt eine Lüfteanlage, mehr höre ich gar nicht. Also ein West-System habe ich jetzt hier nicht wahrgenommen. Ah, okay. Er hat aber eins, er hat so ein Fußgänger-Warnsystem, das hört man. Das war eben beim ganz langsamen Fahren für mich nicht im ersten Moment wahrnehmbar. So, jetzt kann ich hier mal hier vorne die Kamera erstmal ausmachen. Und wir fahren jetzt mal hier auf die Straße und schauen uns das Fahrzeug an. Also was ich sofort merke, ich bin ein Tesla-Fahrer. Ich sitze hier natürlich wie in einem LKW quasi von der Höhe her. Volle Übersicht auf die Straße. Das ist nicht unangenehm. Oh, die Bremsen beißen ganz schön. Und wir fahren jetzt mal hier in Richtung Alsfeld. Und dann schauen wir uns das mal hier vorne an. So, hier vorne haben wir in der Mitte so ein zentrales Display. Das werden so 8 Zoll sein, denke ich mal. Das wirkt so ein bisschen wie das Ioniq 4-Facelift-Display. Rechts und links haben wir noch so angeschrägte Informations-Displays. Genau, wir können das jetzt hier über die Tasten am Lenkrad können wir jetzt wechseln, wie ihr gesehen habt hier in der Mitte. Wie gesagt, ich mache für das Ganze nochmal ein separates Video, wo ich mir das nochmal näher anschaue. Jetzt erstmal so zur Übersicht. Hier haben wir auch nochmal ein digital animiertes Tacho. Und offenbar haben wir hier eine Schildererkennung, weil das Fahrzeug hat kein eigenes Navigationssystem. Das heißt, wir müssen unser Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Wir haben hier Apple CarPlay und ich denke mal Android Auto wird dann auch noch dazukommen, wo wir quasi das Fahrzeug mit unserem Smartphone koppeln und dann über Google Maps navigieren können. Ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, wir können unser Smartphone auch an die Scheibe hängen und darüber navigieren. Aber natürlich macht das im Preis auch nochmal, denke ich mal, viel aus, wenn man kein eigenes Navigationssystem anbietet, wo man keine Lizenzen zahlen muss, keine Updates anbietet und so weiter. Denn das Fahrzeug, sprechen wir mal direkt über die Preise. Das Fahrzeug gibt es ja einmal in der Basis-Version. Da kostet er 37.990 Euro. Und da haben wir die Basis-Version. Da sind ein paar Funktionen, die halt nicht dabei sind. Zum Beispiel auch das Panoramadach, was ihr hier oben seht. Und wenn wir aber die Premium-Version nehmen, wo dann wirklich alles full house gepackt ist, dann kostet das Fahrzeug 40.990 Euro, also knapp 41.000 Euro. Aber hier werden ja noch die Prämien abgezogen. Der Preis gestaltet sich so, wenn wir die Prämien zusammenzählen, also die Herstellerprämie und die von der BAFA, kommen wir insgesamt auf 9.480 Euro, die wir abziehen können von dem Preis hier. Das heißt, bei 41.000 Euro sind wir bei rund 31.500 Euro knapp, was das Fahrzeug in der Premium-Variante kostet. Das ist der absolute Hammer. Und die Basis-Version, die kostet ja dann noch mal weniger. Da sind wir ja quasi bei 27.28, 27.5 in etwa. Das ist ja eigentlich ein Preissegment, das ist unfassbar. Für ein Auto, ein Elektrofahrzeug, was sich wirklich hier super anfühlt. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt mal hier gefahren. Ja, es ist jetzt nicht so direkt wie bei einem Tesla, der halt ziemlich hartes Fahrwerk hat, aber dafür sehr komfortabel. Also wir haben jetzt ein sehr weiches Fahrwerk, aber es fühlt sich sehr gut an. Auch die Fahrgeräusche, also ich weiß nicht, ob ihr es über das Mikrofon hört. Ich höre auf jeden Fall keine. Es ist sehr leise. Das Fahrzeug ist sehr gut gedämmt. Und man sitzt gut hier drin. Es fühlt sich alles richtig hochwertig an. Das Lenkrad ist sehr schön verarbeitet. Was mir besonders gut gefällt, ist natürlich, dass hier oben das abgeflacht ist und unten abgeflacht. Unten natürlich gerade für den Einstieg für meine langen Kreten. Sehr praktisch. Und oben, das sieht einfach modern aus. Und man hat nicht das Lenkrad noch quasi im Fahrbereich. Ja, also mir gefällt das sehr gut. Wir haben auch massig an Anzeigemöglichkeiten. Also mehr als wir mit dem Tesla noch geboten werden. Hier sehen wir auch Verbräuche. Wir sehen Zeiten, Distanzen, alles sehr, sehr übersichtlich. Reichweite zeigt da jetzt an 387 Kilometer. Das ist natürlich abhängig von der Fahrweise. Da will ich mich auch gar nicht groß zu äußern. Denn, wie wir wissen, bei Elektrofahrzeugen, das hat viele, viele Einflüsse. Ja, kommen wir gerade mal zum Fahrgefühl. Also wenn ich jetzt, ich war jetzt 100 kmh, wie es auf der Landstraße halt auch erlaubt ist. Aber wenn ich jetzt mal aufs Gas treten würde, beim normalen Fahrmodus, also wir sind jetzt auf normal. Wir haben Eco, wir haben normal und wir haben Sport. Bei normal hat so eine Gedenksekunde, aber dann beschleunigt er, ich schau mal, sauber hoch. Ist jetzt kein brutales Beschleunigungserlebnis, aber das brauchen wir auch gar nicht. Wie gesagt, wir brauchen ja einfach ein Fahrzeug, was sich gut fahren lässt und was bezahlbar ist. Und hier haben wir echt mehr als das. Denn das Fahrzeug bietet, ich glaube, das kann ich gar nicht alles hier in diesem kurzen Video unterbringen, was man hier alles so feststellt. Wir haben hier auch eine Kamera für den Innenraum. Da oben sehen wir noch eine Kamera für den Innenraum. Und ein riesengroßes Display. Ich kann ja gerade mal schauen hier. Da haben wir hier auch die Möglichkeit, wir können dieses Panoramadach öffnen. Wir haben sogar noch eine Rollo-Funktion, die dann quasi so ein Sonnenschutznetz nochmal drüber fährt, dass das Fahrzeug nochmal ein bisschen abdunkelt und vor der Sonne schützt. Sehr, sehr cool. Und des Weiteren haben wir die Möglichkeit, wir können die Rekuperation einstellen. Das Fahrzeug ist jetzt zu 77%. Das heißt, wir sollten eigentlich Rekuperation verspüren. Also wenn ich jetzt vom Gas gehe, spüren wir auch, wie er mit dem Motor bremst. Es ist nicht so extrem hart, aber es ist angenehm. Und wenn wir natürlich das Bremspedal betätigen, nutzt er die Rekuperation. Das sehen wir auch. Hier unten habe ich so einen Balken, wo ich das sehe. Dann rekuperiert er und bremst aber auch mit den Bremsbelägen mit. Das wird wahrscheinlich so irgendeine Balance sein. Das kennen wir ja von anderen Fahrzeugen. Rekuperationsstufen haben wir drei Stück. Wir können niedrig, mittel, hoch. Wenn ich jetzt mal auf niedrig gehe und dann mal vom Gas gehe, dann merken wir schon direkt, dann segelt er fast schon weiter. Dann hat er wahrscheinlich ganz, ganz wenig Motorbremse nur. Ist wahrscheinlich die weicheste Variante. Wobei ich muss sagen, auf hoch ist es immer noch sehr, ich sage mal, nicht ruppig. Bei Myoniq auf der Maximalstufe und auch beim Tesla ist es schon ein bisschen härter, wo er bremst und auch ruppiger. Jetzt gehen wir direkt mal auf den Sportmodus. Und gucken wir jetzt bei 90 kmh, wie er sich da jetzt verhalten würde, wenn ich jetzt mal drauf drücke. Okay, das fühlt sich schon mal sehr gut an. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht weiter beschleunigt, ich habe jetzt nur mal so 10 kmh, wann das sich jetzt beschleunigt habe. Aber wir testen es gleich mal, wenn ich wende und wir unten raus nochmal beschleunigen. So, ich habe jetzt gerade mal hier gewendet. Wendekreis ist beeindruckend. Der hat kein Allrad, der hat einen Frontantrieb und trotzdem hat er einen richtig guten Wendekreis. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was die Beschleunigung sagt. Wir beschleunigen jetzt mal von Null an, im Sportmodus, hoch und gucken mal, was uns diese, in dem Fall sind es ja 140 kW bei dem Vorserienmodell und später haben wir dann aber ein 150 kW starkes. So, 100 kmh habe ich jetzt erreicht. Das hat natürlich erst mal ein bisschen gemächlich angefangen, aber ich sage mal, das reicht völlig aus und es fühlt sich trotzdem gut an. Wie gesagt, der braucht ja 9,9 Sekunden etwa von 0 auf 100. Wie gesagt, wir bekommen ja jetzt nochmal mehr Leistung bei dem bestellbaren Fahrzeug dann. 150 kW ist natürlich schon ganz ordentlich. Ich liege ja dann schon im Bereich von dem, was auch der Kona für eine Leistung bietet. Die Beschleunigung ist halt ein bisschen anders. Die ist nicht so punchartig, aber dafür sehr, ja, also ich finde sie sehr angenehm, muss ich sagen. Wir brauchen ja nicht immer so eine brachiale Beschleunigung. Selbst die beim Fessler ist mir schon ein bisschen zu krass. Aber es fährt sich schön. Also ich gehe davon aus, wenn dann die adaptiven, ja, das adaptive Tempomat, genau, der adaptive Tempomat und auch das Spurhalterassistenten noch dazukommen, dann wird das ein richtig angenehmes Reisen in diesem Fahrzeug. Und wo wir gerade von angenehm sprechen, nochmal zu dem Thema mit der Premium-Variante und der Basis-Variante. Der Unterschied, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt, der Unterschied ist, wir haben bei der Premium-Variante einmal das Panoramadach, und dann haben wir eine induktive Ladeschale, wir haben 19 Zoll Felgen drauf und wir haben eine Heckklappe, die elektrisch öffnet. So, also ich muss sagen, es fährt sich sehr schön und wenn ich jetzt bei 100 kmh nochmal beschleunige, jetzt im Sportmodus, es ist nicht brachial, aber wie gesagt, es fühlt sich weich und schön an und wenn ich jetzt vom Gas runtergehe, dann bremst der auch mit der Reco wieder schön runter, also man kann es wirklich eigentlich so im Verkehr mitschwimmen, ohne großartig die Bremse betätigen zu müssen, finde ich sehr, sehr angenehm. Und jetzt auch nochmal zum Innenraum hier, also, ich meine, es gibt ja immer diese Verfechter, die sagen, Hartplastik und so, ist alles furchtbar und so, wir haben jetzt wirklich hier wenig, wo ich sagen würde, es sieht nicht wertig aus, also es ist hier vorne, das ist zwar auch jetzt Hartplastik, aber es sieht einfach geil aus, es fühlt sich sogar geil an, also ich finde es genial, ähm, ja, wir haben hier Klavierlack in der Mitte, Klavierlack ist nicht so mein Favorit, ich habe ja auch beim Festlack Klavierlack gehabt, er verschmiert schnell, er verstaubt schnell, er verkratzt schnell, aber, er wirkt hoch, er wirkt irgendwie edel halt, aber wie gesagt, da kann man ja dann später sich auch selbst was drüber folieren, wenn man das nicht möchte, dann haben wir natürlich auch Verstaubmöglichkeiten, hier unter diesem Mittelkonsolenteil, das ist ein riesen Fach da unten, das ist ja Wahnsinn, da passt sogar die Handtasche von Hermine rein, hier, also das ist echt genial, ähm, das Design, sehr ansprechend, auch die Lüftungsschlitze hier, die sind komplett einfach so in einer Linie eingearbeitet, man hat so das Gefühl, die laufen hinter der, die laufen sogar weiter, quasi hinter dem Display, ähm, es füllt sich alles gut an, und sieht auch gut aus, jetzt hier oben, da muss man erstmal herausfinden, ob das hier alles tastet, oh, das ist ja nicht auch cool, das reagiert einfach so auf, auf, auf den Drücken, quasi ein Touchlicht, sehr cool gemacht, da SOS drücken wir jetzt erstmal nicht, am Ende müssen wir noch irgendjemand anrufen, und, ja, das ist alles, also wenn man überlegt, was das Fahrzeug kostet, und was es bietet, unschlagbar, klar, äh, der Langzeittest, äh, wird sich dann auch zeigen müssen, wie gesagt, wir haben ja mit dem Fahrzeug noch keine Erfahrung, jetzt im Straßenverkehr, das wird sich dann auch zeigen, aber, ich gehe davon aus, warum sollte man, äh, Schrott auf den Markt bringen, so wie es das Kamerakind gerade rausgefunden hat, muss man nicht mal berühren, sondern, sie reagieren, schon nur, wenn man dem Licht nahe kommt, das ist schon krass, also, okay, das ist, freaky, so, jetzt muss man mal gucken, jetzt glaube, jetzt muss ich doch, die Bremse antippen, ja, ich tippse lieber mal an, mal leicht, ich habe ja eben erwähnt, 9,9 Sekunden von 0 auf 100, das ist natürlich mit den 140 kW, ähm, das Fahrzeug, wenn wir jetzt bestellen, bekommen wir die 150 kW dann, und dann beschleunigt es auch unter 8 Sekunden von 0 auf 100, das heißt, das ist dann nochmal ein bisschen kräftiger, aber ich sage mal, wenn ich jetzt hier so hoch beschleunige, es hört sich schön an, und es fühlt sich auch gut an, also, genial, auch vom Platzangebot, also, man fühlt sich wirklich, man sitzt erstens mal hoch, und man hat rechts und links auch nicht das Gefühl, dass man eingehängt ist, obwohl das Fahrzeug von außen, aufgrund seiner Höhe, wahrscheinlich recht schmal wirkt, ist er im Innenraum sehr, sehr ansprechend. Was mir auch aufgefallen ist, das Fahrzeug hat kein Handschuhfach, allerdings hat es da vorne so zwei Haken, an denen kann man natürlich seine Taschen aufhängen, und später wird es dann auch adaptive Sets wahrscheinlich geben, wo man dann Laptop-Tisch oder irgendwelche speziellen Halterungen oder so dran bauen kann, ansonsten kann man sich die auch selbst machen, weil die Haken sind sehr, sehr stabil, finde ich auf jeden Fall auch eine coole Idee, und da hätte ich schon ganz, ganz viele Verwendungszwecke für, muss ich sagen. So, da warten auch schon wieder ganz viele andere, gespannte Menschen. Die Fußgängerwarnung funktioniert schon mal nicht. Das ist zu leid. Die Fußgängerwarnung funktioniert nicht. Da müssen sie nochmal dran arbeiten. So, ich fahre jetzt mal vorwärts, würde ich sagen, hier an die Ladesäule direkt. Ja, das passt auch. Genau. Also ich muss sagen, vom Parken her, der Wendekreis ist echt super angenehm. Also scheinbar ist der Radstand auch nicht so lange, dass das dadurch schlecht wird. Das ist echt cool. So, jetzt können wir hier auch einfach parken drücken. Dann zieht er die Bremse an, entriegelt das Fahrzeug, und wir stehen und sind gefahren. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dieses Fahrzeug. Hat mir richtig gut gefallen, richtig Spaß gemacht. Und das Fazit machen wir gleich mal außerhalb vom Fahrzeug, würde ich sagen. Ein ganz großer Dank geht natürlich auch an mein Kamerateam. Ohne die wäre das Video gar nicht so einfach möglich gewesen in der kurzen Zeit. Und zwar an den Schmidko Modellbahn und den Moratz. Beide Kanäle verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abonnieren oder euch einfach mal anschauen und nicht abonnieren. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mich so toll unterstützt habt mit Kamera, Filmen etc. Und wie gesagt, schaut mal bei den beiden Jungs vorbei. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben den iWaze U5 getestet. Ein sehr interessantes Fahrzeug, insbesondere was Ausstattung und Preis betrifft und vor allem auch die Größe. Also, ich kriege das alles gar nicht in diesem kurzen Video unter. Wir hatten wirklich nur eine Stunde Zeit für alles, was das Video betrifft. Deswegen, das kriegen wir gar nicht alles rein. Ein paar Punkte noch, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar einmal, was halt so ein bisschen noch ein Manko ist, was ich nicht angesprochen hatte vorhin, war, das Laden über Typ 2 ist nur einphasig möglich. Wir kennen das ja. Fahrzeuge, die aus China kommen oder aus dem asiatischen Raum, laden oft nur einphasig. In dem Fall ist es halt auch wirklich so wieder so. Wir haben nur eine einphasige Ladung mit 6,6 kW oder so einem Dreh. Das ist schade. Ansonsten über CCS natürlich auch möglich. Maximal 90 kW und ich glaube auf der Bandbreite so 55 bis 60 kW. Da lädt er im größten Bereich zumindest. Der Vertrieb wird ausschließlich über Euronics stattfinden. Das heißt, alles, was mit Garantie, Kauf etc. zu tun hat, wird über die Euronics-Shops vertrieben. Und alles, was technisch ist und Service und so weiter, das wird über ATU gemacht. Hier noch eine kleine Besonderheit und zwar, das Fahrzeug hat die erste Inspektion erst bei 100.000 km. Das heißt, die erste Inspektion bei 100.000 km werden viele wahrscheinlich gar nicht erst erleben, weil es eine ganze Weile dauert, bis die Autos so viel haben. Ansonsten gibt I-Ways an, dass das Fahrzeug vorher wartungsfrei ist. Sehr coole Sache. Zur Batterie nochmal. Die Batterie, wir haben ja hier eine 63 kWh große Batterie, netto. Und diese ist auch ein Thermalmanagement. Das heißt, sie besitzt eine Kühlung. Was für eine genau, das ist noch nicht so ganz klar gewesen jetzt für mich. Aber wie gesagt, ich werde nochmal detaillierte Videos machen die nächsten Wochen, wo wir das Fahrzeug nochmal genauer anschauen. Ansonsten, ihr könnt es jetzt schon bestellen bei Euronics. Hier nochmal einen großen Dank an den Euronics-Markt in Lauterbach in Hessen. Waren sehr, sehr nett und haben mich hier auch super empfangen. Dort könnt ihr auch gerne bestellen, falls ihr aus der Region kommt. Und ja, hier sind wir auch schon am Ende meines Videos angelangt. Wie gesagt, ich werde das Fahrzeug nochmal die nächste Zeit genauer beleuchten, auch mal laden, mal testen und nochmal eine längere Probefahrt machen. Aber ich bin schon sehr, sehr beeindruckt vor diesem riesengroßen Fahrzeug mit dieser mega krassen Ausstattung, einer tollen Verarbeitung und einem wirklich sehr, sehr geringen Preis für das, was man da bekommt. Ich meine, das ist immer noch ein ordentlicher Preis, aber wenn man überlegt, dass man abzüglich der ganzen Förderung, das Fahrzeug für 27.500 Euro bekommt, das ist schon echt ein guter Preis und im Premium-Segment dann quasi für 31.500. Hammer. Ich bin durch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das zeigen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und auch weitere Videos zum iWaze U5, dann folgt meinem Kanal, drückt den Abonnieren-Button und vielleicht auch noch die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Tschau. Einphasiges Laden geht gar nicht. Okay. So, also das mit dem hier oben, dass das so abgeflacht ist, das ist schon mal ganz gut, dass man sich daran gewöhnt, denn wenn ich dann meinen Roadster habe, muss ich ja eh damit leben, dass es oben offen ist. Dann fasst man das ja eh da oben nicht an. In der Mitte hat man eh nur diese beiden Hörner. Der Preis ist natürlich heiß, ne? Ja, ja, das ist schon... Ich glaube, der ist nur das große, das macht Spaß, das Rumspielen, ne? Ich fühle mich die ganze Zeit, ich finde es mega lustig. Warum sollte man Schrott auf den Markt bringen? Opel existiert ja auch immer noch. So, Moment. Klar, wenn man jetzt hier mit so zwei Fettsäcken noch dann unterwegs ist oder so und die sich da hinten reinzwecken müssen. Wie war das? Oh, meine SD-Karte ist gerade auf die Garten. Frechheit. Schön, greif. Boah, sind Sie Electric Dave? Erzählen Sie mal, wie war das? Ich bin nicht so aufdringlich. Sonst kommt die Security. Du warst noch nie so schön, als mit der Maske, Dave, ganz ehrlich. Ja, ich weiß. Und denk dran, einmal dick butt, immer dick butt. So ist das halt, ne? Ich gucke mal rein. Wir warten nur drauf, dass es loskommt. Ist das geil? Oh, Mensch, das muss ich gerade mal selbst festhalten, hier. Die Scharren mit den Füßen. Wie es alle hinter mir sitzen, so. Wie ist sie? Oh, echt? Wie ist das? Vielen Dank.